Lorena schreibt, ich habe täglich Schwindel und Angst, die Kontrolle zu verlieren, ob zu Hause, bei der Arbeit oder beim Autofahren. Seit Jahren geht das schon so und ich weiß nicht mehr weiter. Erstmal beschreibst du gerade Symptome, die relativ typisch für eben auch psychische Belastungsprozesse sind. Schwindel ist nicht immer die automatische Antwort darauf, dass in deinem Leben irgendwas schiefläuft. Man kann jetzt nicht sagen, du denkst so oft an Grün und dann bekommst du Schwindel und wenn du Probleme mit der Autowaschanlage nebenan hast, dann bekommst du Benommenheit. Sondern jede Sache, die uns auf längere Sicht unzufrieden macht und mehr und mehr davon zusammenkommen, ist eine der möglichen Grundlagen und Ursachen, warum in unserem Leben entsprechende Symptome entstehen können. Und was man hier ganz klar differenzieren muss, auch du solltest dir einmal das allerwichtigste Video anschauen oder direkt dieses ultimative Video Zusammenschnitt dir runterladen. Du schreibst ja auch, du hast die Angst, die Kontrolle zu verlieren. Wichtig hierbei, das nochmal so auf einen Punkt zusammenzufassen. Wir haben Gedanken, die in der Regel in Form von Sprach und letztlich auch bildlichen Mustern auftreten. Wir können Dinge hören und können Dinge sehen. Das heißt, bei den meisten Befürchtungen, zum Beispiel auch die Angst, die Kontrolle zu verlieren, bedeutet das nicht, dass du dir die ganze Zeit Angst machst, du könntest die Kontrolle verlieren, aber du wirst spezifische Inhalte von deinem Kopf aufgezeigt bekommen, woraus bei dir die Angst resultiert, du könntest in Bezug auf eine Sache XY die Kontrolle verlieren. Das geht hier damit einher, dass du auch eben in der Regel Befürchtungen erlebst. Was ist, wenn ich da die Kontrolle verliere, so sinngemäß? Das ist ein Gedanke, den wir in der Regel hören, aber nicht unbedingt selber ausgesprochen haben. Damit gehen gerne auch Befürchtungsbilder einher, die wir aber nicht unbedingt dorthin gesehen haben. Das bedeutet, die Lorena wird hier Tag ein, Tag aus von belastenden Gedanken konfrontiert, die dann auch wahrscheinlich irgendwann das Symptom wie Schwindel und erweiterte Ängste, das landet dann irgendwann oder mündet dann in einer generalisierten Angststörung, entsprechend auch weiter so triggern können. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dann auch zu erklären in dem allerwichtigsten Video, was ihr ja auch hier auf YouTube sehen könnt, bekommt ihr alle wichtigen Infos dazu. Dein Gehirn denkt von Notur aus, automatisch und dramatisch, misserfolgsorientiert in Szenarien. Das heißt, dein Kopf denkt vollkommen normal. Was ist, wenn? Und dein Thema ist halt Kontrollverlust. Und dann muss dein Kopf denken, was ist, wenn ich die Kontrolle verliere? Lorena, du fragst mich, wann bin ich wieder normal? Ich sage, wie viel normaler willst denn du noch werden? Dein Kopf zeigt dir wahrscheinlich ganz normal, aber eben rigoros auf, dass du gerade einen echt krassen Konditionierungsstand hast. Was passiert? In den Videos seht ihr es, Paragraf 3, 62 HGB. Dein Kopf geht hin und sagt, was ist, wenn wir Kontrolle verlieren? Bei deinem Thema XY. Und du so, und dein Kopf so, alles klar, greifen wir uns das mal stärker auf. Dann ist das emotional triggernd. Du wirst es relevanzmäßig etwas häufiger schon erleben. Und dann geht dein Kopf auch noch hin und würde jedes Mal, wenn du zur Ruhe kommst, weiter Informationen verarbeiten wollen. Kriegt er keine neuen, nimmt er die alten. Bei den alten sagt Lorenas Kopf, was ist, wenn wir die Kontrolle verlieren? Und Lorena denkt nachher an nichts anderes mehr. Und diese Belastungen führen dann auch zu den typischen Symptomen, die wir hier alle unter dem Aspekt von DPDR kennen, Benommenheit, Schwangerschwindel etc. Das heißt, Lorena, bitte guck dir mal dieses Video an. Dort wirst du definitiv Hilfe finden und Antworten auf deine Fragen finden. Und dann kommst du hier in einen der nächsten Livestreams wieder mit rein und versuchst mal deine Situation noch konkreter zu definieren, damit wir uns drum kümmern können.